HGV. Wir sind der Hoteliers- und Gastwirteverband in Südtirol. Richtig, der Verband. Denn kein anderer ist so spezialisiert im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Kompetenz, Spezialisierung und Erfahrung zeichnen uns aus. Verlässlichkeit und Gemeinschaft zieht sich durch all unsere Tätigkeiten. Denn wir sind der Verband und der Verband sind die Mitglieder. Und nicht nur das. Wir sind auch Dienstleister. Aber wie schaffen wir es, beides unter einen Hut zu bekommen? Und wo wollen wir hin? Unser Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitgliedsbetriebe zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung des Tourismussektors zu gewährleisten. Immer im Einklang mit der Südtiroler Bevölkerung. Der Verband ist ein kompetenter Ansprechpartner in politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Mit Verlässlichkeit, Kreativität und Fachwissen bieten wir als spezialisierter Dienstleister für das Hotel- und Gastgewerbe unseren exklusiven Service in vielen Bereichen an. Ob als einzelne Leistung oder im Gesamtpaket. Der HGV – Ihr starker Partner. Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen unter www.hgv.it